Ja! Läufer auf A4. Mein Bauer schlägt deinen König. Schach! Freu dich nicht zu früh, Sohnemann. Noch hast du nicht gewonnen. Wenn ich nämlich eine 5 würfle, dann wird mein König wiederbelebt und du musst 2 Karten ziehen. Hat der Autor dieser Folge eigentlich schon mal Schach gespielt? Nein. Hat er wenigstens recherchiert, wie Schachspielen geht, damit die Szene wenigstens authentisch wirkt? Ebenfalls nein. Aber das war bei Hilf mir noch nie ein Problem. Recherchieren ist da genauso überbewertet wie sympathische Charaktere. Aber Hauptsache, es wird viel geschrien. Dennis, ich muss mit dir reden. Was ist denn los? Ich verlasse dich. Nein. Doch. Mama, Papa, könnt ihr endlich aufhören mit diesen ganzen dramatischen Ransprüngen? Mir wird schon ganz schlecht. Tut mir leid, mein Sohn. Kommt nicht mehr vor. Aber Inge, warum willst du mich verlassen? Weil ich dich nicht mehr liebe und schon einen neuen habe? Das ist denn, Jonas. Ich bin doch dein Schiefvater. Heißt eigentlich Benni. Kannst mich gerne Papa nennen. Kein Problem. Kein Thema. Noch immer stehen Vater und Sohn fassungslos dem neuen Liebespaar gegenüber. Mama, was ist hier los? Was läuft hier? Das will ich auch gerne mal wissen. Wir sind 33 Jahre verheiratet. Und das willst du einfach so wegwerfen? Und was mit dem Kind in deinen Bauch? Das ist eh nicht von dir. Du kriegst auch seit Jahren schon keinen mehr hoch. Aber du hast letzte Woche noch gesagt, dass du mich liebst. Da war ich besoffen. Und dachte, du bist Benni. Ich liebe dich nicht mehr. Was willst du euch mit diesem Prolet? Der sieht doch nicht mal aus wie ich. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt einfach so vorbei sein soll. Sag mal, bist du Panne, Alter? Die liebt die Schischmäher. Wir sind hier zusammen, oder, Inge? Ja. Und jetzt mach mal Land hier. Zieh mal ab, sonst ramm ich dich unter die Spitze in den Boden, du Dampfsaus. Lass meinen Vater in Ruhe. Du kriegst doch nichts, Alter. Ich geh auf dein Zimmer und du kannst auslösen. Du kannst mir gar nichts sagen. Du bist doch gar nicht mein Vater. Inge? Ich geh mit Papa mit. Du bleibst schön hier, damit dein Vater unterhalb bezahlt und ich dein Kindergeld bekomme. Du kannst mir gar nichts sagen. Du bist gar nicht mein Vater. Ich bleib bei Papa. Können wir wohl. Ich schlipp aus! Grundsätzlich haben immer beide Eltern das Sorgerecht und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Aber ab dem 14. Lebensjahr haben Kinder da ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Und ein Familiengericht kann dann anordnen, dass das Kind zum Beispiel zum Vater kommt. Wenn hier Jonas nicht mit so einem Proleten wie Benni zusammenleben will, kann Inge da kaum noch was machen. Schon gut, Jonas. Bleib ruhig hier. Ich muss erst mal selber mit der Situation klarkommen. Okay. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann meine Mutter noch nicht erst mal mit diesem Vollproll-Benni. Das Ganze ist doch sogar für eine Scripted-Reality-Serie zu dumm. Hat mein Toastbutten-EQ. Inge, die Milch und meine Kornflakes schon wieder schlecht. Und die klumpft und eine Sauerei. Nee, du hast wieder den Joghurt statt der Milch genommen. Männ! Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Hey, Sonne Mann! Kannst du mir mal Bier mitbringeln? Da muss ich aber erst mal suchen. Papa trägt nämlich immer erst Charbonne. Ich bin ein Voller! Und jetzt ab! Hier, falscher Absender! Jetzt auch mal was mitbringen können hier, so ein Bier. Hätte man mal anstoßen können. Bist du total bescheuert? Ich bin doch gerade erst 15. Und außerdem, dieser Alkohol, der tötet mehr Gehirnzellen als dieses Abendprogramm von RTL 2. Kann ja nicht sein. Alter, ich hau jeden Abendkasten Bier weg. Und ich bin ja wohl der beste Beweis für absolute Hochinten-Diligentität. Genau. Sag, jetzt hol dir mal eine Flasche Bier und dann trink mal zusammen ein. Dann ist er auf, ist noch halb so schön. Ich stoße nicht mit dir an. Punkt. Sag mal, haben wir vor den Wänden, oder was? Ich bin der Neue im Haushalt und will nicht sagen, dass du Biertrinkern sollst du Bier. Ich bin der Neue hier. Ich bin nicht so Lappen wie ans Wasser. Ist das klar? Wenn ich sag, du tust, was, dann tust du da tun. Du hast doch gar kein Deutsch. Meine Herren, das ist Deutsch. Heute kam Hartz 4. Sei froh, dass ich abhauen muss. Weil ich muss mein ganzes Geld, das mich jetzt auch vom Konto holen, sonst buchen die mir dann nämlich noch irgendwas ab, die Vollidioten. Oh nein, wie schade. Mensch, jetzt geh ich da noch den Flexkrieg vom Cheesen abholen. Der ist vom Laster gefallen. Und du sagst mein Bier leer. Am nächsten Tag ist Jonas auf dem Weg zur Schule, als er plötzlich eine traurige Entdeckung macht. Papa, bist du's? Jonas, was machst du denn hier? Die Frage ist doch, was machst du denn hier? Es ist erst ein Tag her und du siehst schon aus wie ein Penner. Ein Tag? Das kam mir vor wie Monate. Ich habe während meiner Zeit auf der Straße zwei Typen kennengelernt. Krapi und KS-Freak. Ja, wir waren zusammen Containern und die waren wohl mal ganz große Nummern. Total verrückt. Komm bitte wieder nach Hause, Papa. Du kannst Mama doch nicht diesen Vollasi einfach so überlassen. Sorry Jonas, das kann ich nicht. Aber warum denn nicht? Tja, weil es so im Skript steht. Die Story ist noch nicht Hanebüchen genug. Da fehlen noch ein paar absurde Situationen. In der Videobeschreibung von Hilf mir steht ja, dass jede Folge typische Probleme von Teenagern behandelt. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr euch jemals in einen Alien verliebt? Oder ist es schon mal vorgekommen, dass eure Mutter ein Sextape von euch aufnehmen wollte, damit ihr so berühmt werdet wie die Kardashians? Bei niemandem. Verdammt, das ist doch nicht fair. So ist das Leben, mein Sohn. Und jetzt rasch in die Schule, damit du auch nicht so endest wie dieser Benni. Okay, das werde ich machen, Papa. Pass auf dich auf. Du auch. Jonas? Ja? Hast du vielleicht doch noch einen Euro für mich? Einen Euro? Warum? Du musst doch gar nicht betteln, du bist doch Lehrer. Tja, traurig genug, oder? Armer Papa, der Arme steht echt voll neben sich. Das Ganze hat ihn voll mitgenommen. Und mir geht es auch nicht besser. Ich habe voll Angst, wieder auf Benni zu treffen, wenn ich nach Hause gehe. Aber das Gute ist, es kann ja eigentlich nicht noch schlimmer werden. Diese Rechnung hat Jonas anscheinend ohne Benni gemacht, wie er noch in derselben Nacht feststellen muss. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Alla, sehr Dank. Jonas, bist du am Pennen? Spätestens jetzt nicht mehr. So, ich brauche mal deine Hilfe, aber ganz, ganz flott. Die kann sich ja nicht bei irgendwelchen kranken Sexspielen mit meiner Mutter helfen. Du, deine Mutter, die will mich komplett von Kopf bis zum letzten Zehnhagel. Und wir sind nur am Pimpern hinten. Wir sind nur die Jummis ausgegangen. Hast du ein paar Kondömschen für mich, ein paar Pariser, ein paar Hütchen? Erstens, too much information. Zweitens, natürlich habe ich keine Jummis. Und drittens, meine Mutter ist doch eh schon schwanger. Da brauchst du doch gar keine Gummis. Hier, du Schlaumeier. Ich will natürlich nicht, dass das Kind auch noch schwanger wird. Oh Gott, du bist echt unglaublich. Danke. Hör mal, was ist eigentlich los bei dir? Warum hast du keine Gummis? Du musst doch mit 15 mehr am Vögel sein, als kein Wickel zur Paarungszeit. Bin ich aber nicht. Bist du etwa eine Jungfrau, oder was ist hier los? Mann, oh Mann, als ich so alt war wie du, habe ich schon drei Tripper hinter mir und eine Syphilisentzündung. Mein Sohn hat mit 15 keine Jungfrau mehr zu sein. Ich mache dich zu einer größeren Fickmaschine, als ich mit 10 war. Das schwöre ich dir. Erstens, ich bin gar nicht dein Sohn. Und zweitens, du sollst mir auch nicht helfen, keine Jungfrau mehr zu sein. Benni, was ist los? Wo bleibst du? Oder soll ich hier schon mal alleine weitermachen? Ich komme gleich, mein Lieblingsfickstitzel. Ich komme gleich. Wir reden morgen weiter und dann zeige ich dir, wie man ordentlich zur Vögelmaschine wird. Das schwöre ich dir. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe noch die Plastikhülle von der Fernbedienung vom Flatscreen. Die nützt zur Not auch noch. Das geht jetzt auch noch klar. Schlaf schön, gute Träume. Wir sehen uns morgen. Inge! 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 Peinlich genug, dass Benni jetzt weiß, dass ich noch Jungfrau bin. Aber wenn er mir jetzt noch helfen will, dann befürchte ich das Schlimmste. Für mich! Inge! 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 fällig aus! Hilfe! Halt sie mir raus! Hilfe! Tagchen Herr Wolter, wir wollen doch nicht wieder ohne Fahrerlaubnis fahren, oder? Der Mann will mich entführen! Er ist immer ruhig da hinten! Wenn zwei Erwachsene sich unterhalten, sprichst du nicht dazwischen! Was gibt's dir, Herr Officer? Steigen Sie mal bitte aus! Immer wieder die gleiche Scheiße mit euch Scheißbullen! Ihr habt echt nichts besser zu tun, ihr Scheißbullen! Das könnte ein ziemlich teurer Ausflug für Benni werden, denn was wir hier haben ist zwar keine Beamtenbeleidigung, die gibt's im deutschen Strafrecht gar nicht, aber eine waschechte Beleidigung. Und da kann sogar Gefängnis drauf stehen. Außerdem haben wir hier noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. So schnell wird Benni also nicht wieder in ein Auto einsteigen. Wenn Sie sich jetzt nicht beruhigen, dann muss ich es Ihnen wahr sein. Ey, du kannst mir die Füße fassen! Ja, dreimal! Echt, ey! Aussteigen jetzt! Ey, du packst mein Auto nicht! Ja, du Scheißbulle, du! So, jetzt machen wir das Ganze anders! Leute, ihr seid doch Fan-Seite, Leute! Ihr seid doch Fan-Boys! Ihr kennt mich doch von Youtube! Ganz gut! Ganz gut! Das ist doch los, ihr seid doch nur Neider! Ihr seid Neider seid ihr! Ihr seid Eder-Neiter! So ein neidischer Schwanz! Ich bin bei mir so ein bisschen Pufffahrt! Und du bist so neidisch bei Gott! Ich schwöre es dir! Wenn du mich hier loslässt, ich schwöre es dir! Ich ramm dich in den Boden! Du bist ein Fan-Boy! Du bist mir nicht hergefahren, weil du mich kennst von Youtube! Du bist ein Fan-Boy! Papa, wo willst du denn wissen, dass ich keinen Fuharsch an der Bayer? Und ich sag dein Wissen! Ja, hol du Schwanz! Hol deine Leute! Hol sie dir! Bei Gott, wenn ich wollen würde! Ich würd... Ich würd... Ich würd... Ich würd... Ich würd bei so nem Fickel fahren! Und du bist mir davon ab! Papa, du... Du bist ein Schwanz! Du bist ein Fan-Boy bist du! Ich bin mir hinterher mit deiner Karpotzkabel! Siehst du jetzt endlich, was das für ein verrückter Kerl ist? Mann, du musst endlich zurück zu Mama kommen, bevor noch mehr passiert! Ja, also... So kann's ja wirklich nicht weitergehen. Aber... Was soll ich machen? Probier irgendwie den Kopf zu waschen! Irgendwie schaffst du das schon, Papa! Komm, du musst wieder zurückkommen! Ja gut, dann lass uns gehen! Aber bitte langsam, mein NKC ist abgefroren! Keine Sorge! Wir sind nicht so asozial und beenden unsere Folge an der spannendsten Stelle, nur um auf unser kostenpflichtiges Online-Angebot zu verweisen. Schließlich sind wir hier bei Funk! Und jetzt geht's weiter! Bitteschön! Wenn you call me Senorita I wish I could pretend day Kurz darauf kommen Vater und Sohn an. Ne, Mohat! Alles gut! Die scheiß Polen haben mich hier hinlassen, und als ich ihnen gesagt hab, dann ist der König von Köln und Portsman! Warte, Mohat! Ey, was ist hier los? Meuterei, oder wat? Ich bin gekommen, um mir meine Frau zurückzuholen! Ach, das willst du machen! Davon wollen wir mal sehen! Die Diebe mit Kasala! Papa, das bringt doch nichts! Mann, der Typ ist viel stärker als du, aber dafür dumm wie Brot und viel zu verfressen! Hier, ein Sandwich! Was passiert? Schlaftabletten! Ach du cleveres Kerlchen! Schafsinnig wie immer! Wie beim Schach! Da wirfst du immer den Pasch! Wirklich super! Toll! Macht diese Szene eigentlich irgendeinen Sinn? Nö! Aber was macht bei Hilf mir schon Sinn? So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie's bei Jonas und seinem Vater weitergeht! Ey, was geht denn hier ab?! Du hast erstmal Sendepause! Ich werde jetzt ganz in Ruhe mit meiner Frau reden! Und du bleibst hier! Hier! Damit ihr nicht so langweilig werdet! So nicht, meine Leute! So nicht! Ja, vor allen Dingen, wie geil kann man denn sein, dass man nicht normal bestudierlich verlaufen kann? Oder dann bin ich bis zu Toilette gelegt, aber in den Pauksraum von seinem Auto raus. Was wir hier haben, ist eine lupenreine Freiheitsberaubung. Die steht in Paragraph 239 des Strafgesetzbuches und da stehen bis zu fünf Jahre Haft drauf. Den halben Tag warten Dennis und Sohn Jonas auf Inge, bis sie endlich von der Arbeit im Nagelstudio zurückkehrt. Und mit Nagelstudio meine ich Puff. Schatz, da bist du ja! Was machst du denn hier?! Und wo ist Benni?! Vergiss den Typen nochmal! Inge, mein Schatz, ich weiß, dass du ganz tief in deinem Herzen noch Gefühle für mich hast. Wir waren 35 Jahre lang zusammen, 33 davon glücklich verheiratet, haben Höhen und Tiefen gemeistert, waren immer füreinander da. Das kann doch nicht von heute auf morgen vorbei sein. Inge, mein Schatz, ich liebe dich. Bitte, gib uns beiden noch eine Chance! Nö! Dann kann ich auch nichts machen. Das gesehen, ich hab alles versucht. Was soll ich machen? Lass uns den Knirch jetzt befreien und dann hat das Ganze jetzt ein Ende. Aber... Aber... Oh Gott! Was ist denn jetzt passiert? Sieht so aus, hat er die Sendung mit seinen letzten zwei Gehirnzellen getötet. Sieht ganz so aus. Naja, als wenn er vergessen hätte zu atmen. Ein wahrlich qualvoller Tod für Benni. Und wenn Dennis gewusst hat, wie grausam die Tötung hier war, dann wäre das sogar ein Mord. Zumindest haben wir aber eine fahrlässige Tötung dadurch, dass er Benni so lange vor RTL 2 ausgesetzt hat. Also kann sich Dennis hier schon mal auf eine längere Zeit hinter schwedischen Gardinen einstellen. Aber weißt du was? Das bringt mich auf eine Idee. Hallöle! Benni, da bist du ja! Ja, natürlich. Hi, ich bin's. Dein Benni, nicht Dennis. Dein Benni. Niemals sonst. Mensch, hast du abgenommen? Ja klar, Puppe. Du hältst mich ja auch ordentlich auf Traf. Tick. 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 Boah, Inge. Inge. Ich soll, guck mich an, wie ich das mache. Wie der Schweiß über den Rücken runterläuft. Ja, die scheiß Polen haben mich laufen lassen, dass sie mitbekommen haben, dass mein Bier überläuft. Oh nein! Scheiße! Ich bin nur ne Brunstzau. Ich bin ne Brunstzau. Ich bin ne Brunstzau. Ingelein, ist das geil. So, ich schau jetzt ab. Ich hab mir nämlich grad nen Flatscreen bestellt. Der ist noch nicht abbezahlt. Und da brauch ich die Kohle für mich. Tschüss, Arschloch. Aja!